Es läuft beim BVB. Tabellenführer in der Bundesliga und Champions League, keine Pflichtspiel-Niederlage und ein Kader mit viel Entwicklungspotenzial. Dass gerade die Jungen in der Mannschaft so gut funktionieren, liegt unter anderem auch an einem Etablierten, Marco Reus. Er geht auf dem Platz voran und durch kleine Gesten, die jungen Spieler beobachten ihn sehr genau, weil er ist da hundertprozentig akzeptiert. Man kann viel von ihm lernen, gerade im vorderen Bereich, Torabschluss etc., das richtige Verhalten. Und da gibt er, glaube ich, ihm viele Tipps, ist Vorbild und auch in Leverkusen hat man gesehen, wenn es dann in der ersten Halbzeit waren wir, glaube ich, alle, die auf dem Platz waren, nicht wirklich gut und er zieht dann aber auch nochmal an in der zweiten Halbzeit. Das macht ihn momentan aus und zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, ihn zum BVB-Kapitän zu benennen. Es war nicht die einzige richtige Entscheidung bei Schwarz-Gelb. Auch mit der Kaderzusammenstellung ist Michael Zorc zufrieden. Das Gerüst des Dortmunder Kaders ist stimmig. Wir haben auch einen Axel Witsel dabei. Wir haben einen Delaney dabei, der der ganzen Sache auch Stabilität gibt. Gut, Akanchi, Dialo weiß ja gar nicht mehr, wie du die einordnen sollst. Gehören die noch zu den ganz Jungen oder sind die schon die Etablierten? Marco Reus haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube, die Mischung macht es momentan bei uns, die einfach passt. Und in diesem Gebilde können die Jungs dann auch ihre Leistung auf den Platz bringen. Das sollen sie jetzt auch gegen den FC Augsburg tun. Ein Gegner, der auch dem BVB wehtun kann. Augsburg hat die letzten drei Spiele unverdient gegen Bremen verloren. 1-1 gegen Bayern auswärts, gut gespielt. Und sie haben 4-1 gegen Freiburg. Und es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, muss ich klar sagen. Sie werden sehr gut organisiert, der kann sehr, sehr hoch pressen, mit viel Risiko. Sie vermeiden, die Gegner zu spielen und ja, sie sind gut. Gut ist aktuell auch der BVB, der alles daran setzen wird, ohne Pflichtspielniederlage weiter Tabellenführer zu bleiben. Gut ist aktuell auch der BVB, der alles daran setzen wird, ohne Pflichtspielnieder zu bleiben. Auf einer Nummer, nach Nummer, nach Nummer, nach Nummer! Nichts. Nach Nummer Nummer!